Skandal bei Beerdigung Trauergäste singen Nazi-Lied für verstorbenen FPÖ-Politiker Das verdeckt gedrehte Video, das die Trauergäste singen zeigt, löste eine Welle der Empörung in Österreich aus. Die FPÖ distanzierte sich umgehend von dem Vorfall und betonte, dass dies in keiner Weise ihre Werte und Überzeugungen widerspiegele. Die anderen Parteien verurteilten den Vorfall scharf und forderten Konsequenzen. Die SPÖ bezeichnete den Vorfall als abscheulich und forderte eine umfassende Aufklärung. Die Grünen forderten eine Untersuchung des Vorfalls und betonten, dass rassistische und extremistische Tendenzen in der Gesellschaft keinen Platz haben. Die ÖVP, die in der Regierungskoalition mit der FPÖ ist, distanzierte sich ebenfalls von dem Vorfall und forderte eine klare Aufarbeitung. Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Vorfall als inakzeptabel und betonte, dass Extremismus in jeglicher Form entschieden bekämpft werden müsse. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen noch, aber es ist bereits klar, dass dies ein schwerwiegender Vorfall ist, der die politische Landschaft in Österreich erschüttert hat. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen aus diesem Vorfall gezogen werden und wie er sich auf den Ausgang der bevorstehenden Parlamentswahl auswirken wird.